recht herzlich willkommen auf meinem kanal mein name ist das reiter und wir sind in oxygen not included folge nummer 13 und ja wir wollen den stein zermal mal hier aushebeln als nächstes damit war rohstoffe kriegen damit wir die batterie machen können hier war auch der bio drucker aktiv da müssen wir mal schauen was dabei rauskommt das gucken wir uns alles nach dem intro an bis gleich so dann wollen wir mal in den bio drucker als erstes reingucken was es denn da so gibt wähle eine blaupause und zwar oxylit gibt es da sehr schön 100 kilo sauerstoff wir haben essensschwierigkeiten das macht nix aber das oxylit das können wir gerade nehmen und müssen dann das gucken dass wir das irgendwo unterkriegen aber das geht ja da jetzt weg also naja ok dann brauchen eine sauerstoff produktion eher weniger ich weiß jetzt gar nicht ob wenn wir das auf räumen ob das dann sinn macht wahrscheinlich muss das irgendwie in der flüssigkeit sein oder so was dass das nicht weg geht oder kann das sein ich bin da aber überfragt wir können das ja testen indem wir schnell hier ein hinstellen und den mal checken und in flüssigkeit denke ich mal wäre das bestimmt nicht dass sie auflöst oder wir haben jetzt noch 89, das fällt aber ganz schnell ab da jetzt müssen wir hier unten gucken dass das fertig wird ja ich mache mal da noch eine reihe weg vielleicht klappt das ja noch so dass wir mal stehen gelassen wegen hier ja ok jetzt schlafen gerade alle bis auf stinky stinky soll jetzt was machen aber stinky macht was anderes oxylit wird wahrscheinlich schneller weg sein wie wir denken 80 kilo sind da gleich nur noch da der drucker wird noch nicht gemacht da müssen erst die leitung für gemacht werden prio da ist 9 ist klar und hier ist die prio 05 machen wir es so dann ist es schon passend wenn denn einer aufsteht ja es war jetzt besser wie gar nichts mehr wir haben ja sauerstoff trotzdem dadurch wenn mehr oxylit hier oben ist es ja auch noch da sind 110 kilo die dann auch langsam sich abbauen und wir haben dadurch auf jeden fall eine geruhsame nacht vielleicht gehabt oder ok da unten wird was geliefert da wird das auch gemacht jetzt ist die frage ob wenn das da rein kommt das sinn macht ich weiß es nicht wenn wir es ausprobieren so jetzt muss ich hier das nur finden ist das organisch ist die frage sametier verbrauchbares erz läuft das da drunter ja und dann setzt da mal die prio auf 9 wie viel ist es noch 65 kilo 65 kilo jetzt bringt keiner weg nimmt sie macht wahrscheinlich 63 kilo sind es dann noch wenn sie bringt sie runter ich will hoffen sie tut so rein 63,6 geliefert gelagert 63 ok weiß jetzt nicht ob es das im wasser sein muss wäre so mein gedanke irgendwie so ich erinnere mich am schulunterricht was war das brome glaube dass dann auch sich nicht unter sauerstoff dann ganz schnell auflösen würde ich glaube das war brome das ist ja irgendwie metall was war das metall ich weiß es gar nicht jetzt mehr aber ist auch nicht wichtig dass das weg kam so was passiert hier jetzt gerade nichts das nicht so schön wie es mit essen 1600 nahrungsmangel forschung ist abgeschlossen die batterie war klar was forschen war dann eine forschung ausgewählt gucken wir da erstmal rein so nahrungstechnisch sind wir da so weit dass ich sage das ist jetzt nicht sofort nötig hier wäre erdgas höhere fenerie und petroleum generator ist jetzt nicht wichtig hier das wasserstoff ding und ein paar schalter die stark stromkabel wäre schon interessanter die rutschstangen sind auch cool künstliche freunde bräu jetzt nicht da können wir auch noch anders bauen auch der automatische melder ist jetzt nicht entschuldigung wichtig den doktorplatz bräu auch nicht hier sauerstoff luftsystem das wäre dann schon interessante ablässigkeiten sanitärtechnik lüftungstechnik haben wir hier aber hier ist luftdurchlässiger ziegel ich glaube das wird das nächste sein was wir machen wenn wir den luftdurchlässigen ziegel haben dann gehen wir hier auf das wasser genau so machen was okay das heißt wir haben wieder eine forschung wir kriegen ja auch gerade essen sehr schön aufgenommen sandstein da kann keiner was wegtragen der schon ach so der ist nur auf landwirtschaft hier jetzt ausgerichtet habe ich das eben gemacht nein tatsächlich nur eins da immer ausgewählt da ist wahrscheinlich schon vergammelt ist noch frisch der ofen müsste jetzt erst mal ein omelette machen und kriegen wir das vielleicht auch mein ding ins händer ok der koch geht schon los holt das sei ja gut dann ist es wenigstens nicht verschwendet ach da sind mehrere oder wie sehe ich das tatsächlich er hat es auf jeden fall da rein gemacht also schon mal nicht verkehrt ist da wird auch was reif wir haben 4000 kalorien jetzt wird hier von elli das freigeräumt das schon mal gut dann machen wir hier auf jeden fall die ziegel hin das kann daher auch noch ein ziegel hin und hier kommt eine pneumatische tür auf jeden fall hin ok da oben hapert noch an freiräumen da sollten wir vielleicht auch tun aber da auch noch hin die macht das schon hier das wasser ist schon tiefer da können wir gerade noch wisch auftrag machen dass es da aufgewischt wird so hier müssen wir dann gucken dass wir das wasser dann nachher hier unten haben da ist jetzt die frage wie groß machen wir das schmutzige wasser ist ja hier jetzt sollten wir da schon mal aber eine pumpe haben wir glauben noch nicht ne also der elektrische pumpe die sollten wir dann da auf kurz oder lang einrichten gut erst ein druck läuft erstmal 8200 kalorien geht gerade ein bisserl besser okay ich glaube der zermalmer wird hier schon der seinsprecher wird hier schon gleich gebaut oder an der erleben macht was anderes also dafür brauchen wir natürlich auch strom da müssen wir noch mal gucken dass man im strom war schon schön gelegt hier aber geht nur bis zur apotheke ok er le macht das schon sauerstoff ist ja knapp hier können wir noch was ein bisschen gucken oder kann man das abbauen dass die frage normale ziegel städte ok konstruktion gültiger konstruktions ort ach so weil da jetzt was weg gebaut ist wieso ist da jetzt was weg gebaut erli ersticken wer erstickt jetzt ali erstickt ziegel 9 kommt sie da hoch jetzt glaube ja 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 ok ersticken haben wir gleich geschafft gut glück gehabt ok ali ist gerettet warum das jetzt hier passiert ist weiß ich nicht immer naja ok da müssen wir das jetzt mal gerade umbauen hier noch dann ist es ja erstmal wieder gut wäre schön wenn hier einer weiter baut auch aber naja das ist dann halt so lasst mal gerade hier die prio setzen auf sechs hat die sechs war jetzt wahrscheinlich verkehrt aber ist jetzt auch egal erli tut sich jetzt gerade wahrscheinlich wieder den boden unter den füßen weggraben oder ich meine sie würde da hinkommen oder ja sie baut sich auch die treppe auf jeden fall kolonie erfolg errungen was haben wir denn gekriegt es ist nicht roh wir haben das erste essen fabriziert sehr schön er hat keinen sauerstoff ist klar aber kann jetzt hoch naja kann sie sehr gut ja hier unten fehlt sauerstoff dann würde ich mal den sauerstoff diffusor hier inbauen wollen oder er braucht zwar auch gleich wieder strom aber das wird dann schon kommen ok er geht darunter aber baut sich gerade da selbst den weg weg aber es geht gerade so ok ok da geht es auf jeden fall voran essen 6 6 geht hier voran hier geht es nicht voran rio 4 auf jeden fall rio 5 und hier können wir die prio auf jeden fall auf 6 machen mit dem ernten das ist ja wichtig oder also dass man aufräumaufträge aber ist auch egal was das denn hier eine dornen wäre ok ungekühlt sterile atmosphäre kühlschrank technisch kühlschrank technisch müssen auch noch was tun ok kriegen wir auch noch hin was ist mit räumen mir das ist anfordern kann jetzt so eine maschine also im kühlschrank darf da glaube ich rein oder sehe ich das ja ist die frage würde ich dann austesten essen 34 das geht hier ist schon gebohrt worden das ist auch gut und er ist da und kann erstmal ja irgendwo kohle machen kohle ist das ok ja hier muss noch was gemacht werden warte mal strom technisch muss daher auch noch was hin dann dann haben wir das auch aber den zerbeißer müssen wir noch fertig machen ja hier ist jetzt gerade nicht so viel zu tun was ist machen die eier hier die sind weg ja das waren eben die omelette die wir gemacht haben sind tiereier drinnen wie viel denn drei eier sind da drinnen irgendwas mieses ist hier drinnen das heißt das muss desinfiziert werden oder das war falsch das ist aber ist nicht nötig alles ist gut hier sind drei pflanzen fertig das ist auch sehr schön hier ist wieder licht das heißt es wächst auch wieder hier müssen wir mal die dingens wenn sie durch sind tauschen hier fehlt das wasser aber wir kriegen auf jeden fall nahrung zusammen das ist schon mal gut hier sollten wir den ziegel machen und den machen wir auch tatsächlich mal gerade auf sieben und machen wir das zu wir machen das zu ist mir lieber weiß nicht ob es gut oder schlecht ist weil wir dann da nicht durchkommen aber wir kommen dann da oben rum durch halt egal das soll auch zu ja dass dann becken hier dran und dann passt das schon ok das ist auf jeden fall zugemacht solange das hier nicht ist machen wir das nicht weg so einer ist fertig er kommen kann trotzdem weg da kommt ja schon jemand und macht das wahrscheinlich zu nahrungsmangel ok 3000 haben wir da jetzt sind es schon 37 sieht erstmal gut aus hier müssen wir ein bisschen gucken dass es schneller geht erleben macht das da weg auch gut sehr gut so und dann können wir hier definitiv die geschichte mit drei machen und sagen hier wollen das mal alles weg und dann haben wir hier kohle die nicht ins lager kann kohle lager soll hier unten nennen da ist noch ding ins fertig geworden macht den mal dahin warum wir hier zuerst machen weiß ich jetzt nicht glaube das breche ich hier nochmal ab und macht das erstmal da unten hier oben wird jetzt super fertig gebaut aber schnell ist was anderes und auch noch nicht mehr fertig geschafft naja wird werden nahrungsmangel ist jetzt nicht so wild wie sieht es denn mit der forschung aus die ist doch da fertig wir hatten hier unten was geforscht wir wollten dann flüssigkeiten machen den durch luft durchlässigen ziegel hatten wir im anstich ich würde aber gucken dass wir erst den kühlschrank machen weil der war mir dann doch wichtiger danach haben wir sogar schon gut dann geht es hier mit dem wasser weiter dann geht es mit dem wasser weiter dann müssen wir einen kühlschrank bauen oder erst mal hier durch gucken was haben wir hier ein gasventil was haben wir hier flüssigkeitsregler und hier haben wir die manuelle luftdüse und durchlässigen ziegel so ziegel müssen wir auf jeden fall machen da hin da hin dann geht der sauerstoff da auch hoch zu den jungs oder hier gibt es was schönes zum auf rüsten beim duplikanten stinky ist gestiegen stinky ist ein forscher ne ich denke in dieser welt stunde erhält einen bonus auf moral für die aneignung er kommt stinky du bist das dann passt das erst mal gut wasser wird da geholt hier ist das erst mal zu das ist auch gut so zwei von unten das reicht erst mal hier müssen wir weiter kommen mit dem steinbrecher der boden ist jetzt fertig strom haben wir leider nicht bei dem dingens hier das bedeutet auch wieder dass welche unten mehr strom haben müssen warte die batterie an die können wir noch nicht bauen weil dingens mäßig materialmäßig was fehlt ja weiß ich auch noch nicht jetzt wird der zerbeißer da gemacht ja dann müssen wir die priorität nach hier unten steigern die leiter ist noch nicht mehr bis unten durch und steigern wir hier die prior nach da und brauchen noch ein paar leiter die wir auf sieben lassen dann kommen macht den einen auch noch dahin und wir graben hier auf stufe sieben grad das frei so diese entfernen wir aber gerade und machen dann eine richtige luft schleuse hin die war doch auch für temperatur weiß ich jetzt nicht machen wir aber mal die schleuse hat jetzt eine trio von sieben alles klar dann lassen wir die auch so erst da wird auf jeden fall weitergearbeitet aber leider sauerstoff alle sollten wir jetzt hier erst noch ein fahrrad hätte ich beinahe gesagt ein hamsterrad hin machen ich weiß nicht gut aber lasst uns erst mal das so handhaben dass wir das in der nächsten folge weitermachen ich bedanke mich recht herzlich fürs zuschauen wir mich freuen wenn ihr das nächste mal wieder mit dabei seid falls ihr noch keine ober macht eins falls euch die folge gefallen hat gibt einen daumen hoch und macht euch die glocke an dann kriegt ihr mit welches nächste video lade gerne kommentare schreiben und auch gerne das video auf anderen kanälen teilen wir sehen uns in der nächsten folge bis dann ciao